Meine sehr verehrten Eingengenossinnen und Eingengenossen, mein Name ist Florian Arst, ich bin 38 und ich bin 37 und ich will gerne Bundesrat werden. Ich kandidiere mit der CDU. Das ist meine Visitenkarte für unser Bundeshaus. Meine Sekretärin, wenn wir schon kurz in die Beinswieder gehen, hat auch noch eine CDU in der Augen. Autsch! Du bist jetzt der Erste, wenn jemand wartet und es ist so glücklich. Meine Sekretärin lacht auch noch schnell rein und sieht etwas Hübsches an mir. Ich verschicke ganz viele Erwerbungen. Wählt mich ins Bundeshaus. Ihr werdet perfekt Bundesrat. Mal eine mit Rock'n'Roll. Silvia, ich will noch etwas sagen. Was muss ich noch sagen? Äh, hier, Radiotop, Teletop, Top 2, Top Online, Florian Arst, Topstar. Ich vergesse mich nicht. Hier ist meine CD. Und das andere war ein Hünnenwitz. Der mit einem Bundesrat. Muss es nicht unbedingt sein. Wobei, wenn es noch länger so weitergeht, doch. 500'000 im Monat. Ein Jahr. Welches Departement? Departement. Es wird ein neues Departement geben. Und es wird heisse Musikpartei. Für arme Musiker. Und auch Musiker. Das ist die Amster. Das ist die Amster. Das ist die Amster. Das ist die Amster. Das ist die Amster.